Der 65er A-Code Puzzle Mustang, wo schon einer begonnen hat. Diese Seitenwand ist neu, komplette Seitenwand, also bis rein, und wie original angesetzt. Stoßstangen, Rücklichter, Tankdeckel sind auch neu. Das ist schon die überholte Instrumententafel, Gummi, der Teppich liegt hier, Kardan, Pedalerie, Schalthebel. Das sind die neuen Endrohre für die GT-Anlage. Und der Kabelbaum unter dem Armaturenbrett, der fehlt, war original mal dieses Gold. Heckblech ist neu, vom GT, mit den Umrandungen für den Auspuff. Dazu noch neue Magnum 500 Felgen.